Dieses Video erzählt den Berlin-Sturz und das Ende des Dritten Reiches. Im Video können wir Berlin und die letzte NS-Soldaten sehen. Sie versuchten Berlin und ihren Traum retten, aber Berlin war in Trümmern. Und alles war jetzt verloren. Dieses Video finde ich toll, weil ich Geschichte sehen kann. Das Lesen ist wichtig, aber wenn ich etwas sehen kann, dann kann ich es besser verstehen. Die Hoffnungslosigkeit und das Chaos kann man sehr gut erkennen. Diese Gefühle kann man nicht beschreiben, na vielleicht nicht gut beschreiben, aber dieses Video zeigt mir die Gefühle. Ich brauchte keine Worte.